One! No way! Come on! Yo, yo, yo! Ich bin gleich auf dem Weg, am Bahnhof. Weil da hole ich den Siro an. Das ist alles Bali, Martin. Weil wir gehen auf Davos. Und das ist etwa da. Da vorne. 2, 3, 4. Come on! Let's go! Yeah! No way! Here we go! Yeah! Ja, wir sind jetzt kurz von Davos. Und dort treffen wir die Angsu. Was sie dort macht, kann ich euch selber erzählen. Yo! Jetzt sind wir in Davos angekommen. Da ist die Angsu. Hey! Ja, also ich bin da am Spenglergepp. Ich stehe dort uniformiert, neben der Straffbank. Und darf den netten Spielern ein Tuchli und ein Wasser geben. Meistens möchten sie es nicht. Ja! 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 Wir sind jetzt hier an einem wunderschönen Aussichtspunkt. Und dort hinten ganz recht ist die Angsu. Sie kommt sehr wahrscheinlich im Fernsehen. So, jetzt schauen wir hier an, ob wir sie im Fernsehen entdecken. ètina haben sie ja. Wie war es? Auf dem Eisfall? Kalt. Du musst aber nochmal gehen, oder? Ja. Schiesst dich auch? Nein, aber wenn, gehen wir wieder nach Hause? Ja.